Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier auch nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Aktienews. Heute wieder ein Update zur AMC Entertainment Aktie. Adam Aaron hat sich wieder zum Wort gemeldet. Wir schauen gleich mal, was er getweetet hat und vorher gehen wir nochmal auf den Kurs. Kurs 9,59 Euro, ein Plus von 4,47%. Ich konnte es gerade gar nicht fassen, dass wir im Plus heute sind. Sehr ungewohntes Bild, muss ich sagen. Also wir waren ja hier wirklich wieder in letzter Zeit ständig im Minus irgendwo. Und jetzt haben wir wieder ein Plus, ja 4,47%. Ganz ordentlich, aber natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist logisch für die meisten, die natürlich hier noch im Minus sind. Wir haben hier eine Liste, das sind die größten Verleiher, die es hier gibt. Walt Disney, Universal, Warner Bros., Sony Pictures, die sind alle dabei. Und AMC auf Platz 10, Wahnsinn. Ja, durch den einen Film von Taylor Swift, der dann im Prinzip ja auch verliehen wird. Und das ist natürlich schon sehr, sehr freundlich. Unter den ersten 10 der größten Verleiher weltweit. Das ist natürlich schon ein, ja Wahnsinn. Ist schon auf jeden Fall ein Erfolg, muss man wirklich sagen. Das könnte hier was werden, wenn da hier noch ein zweiter Film dazu kommt. Und noch ein dritter und vielleicht noch diese Comedy Show. Da kann man hier vielleicht doch schon hier auch wieder nach oben rutschen. Und mit den großen, mit den Big Playern hier in diesem Verleih-Business mithalten. Auf jeden Fall hier eine positive News, eine positive Tabelle für AMC. Nach wie vor sind wir hier außerbörslich und Darkpool natürlich wieder extrem viel, wird da gehandelt. New York Stock Exchange, ja unterdurchschnittlich muss man sagen, ein Short-Volumen von, ja, um die 40%. Also wie gesagt, Short-Volumen ist wirklich signifikant runtergegangen in letzter Zeit. Also wir haben hier selten ein Short-Volumen über 50%. Meistens pendelt es jetzt so zwischen, ja, 35 und 45. Auf jeden Fall, wie gesagt, das ist ein bullisches Signal, würde ich sagen. Da die Short-Seller hier sich etwas zurückhaltend erhalten. Rates to Deliver haben wir uns schon mal angeschaut. Die brauchen wir uns jetzt nicht nochmal anzuschauen. Wir gehen mal auf die News von Adam Aaron. Adam Aaron hat hier getweetet, Taylor Swift hat ein Spielergebnis von 179 Millionen US-Dollar erzielt. Was sehr, sehr viel ist. Also seitdem der Film läuft, sind es 179 Millionen US-Dollar, die eingespielt wurden. Platz Nummer 1 bei allen Filmen, die jemals in den Kinos von AMC gelaufen sind. Sehr, sehr viel versprechend, muss ich sagen. Wenn das so weitergeht, kann das hier wirklich ein Game-Changer werden für AMC und wenn da jetzt andere Stars da auch noch mitziehen und dies dann, ja, auch die Kinos dann zu, quasi zu Konzertbühnen werden, mehr oder weniger. Man hat ja auch schon Filme gesehen, wie die Leute tanzen und sich freuen und mitsingen in den Kinos. Also das ist schon der Wahnsinn. Also es wird schon umfunktioniert eigentlich, die Kinos zu, ja, kann man sagen, Konzertsälen. Und das ist schon auf jeden Fall eine positive Entwicklung hier bei den Kinos, beziehungsweise bei den AMC-Kinos. Und das natürlich dann auch noch AMC als Verleiher fungiert. Natürlich auch noch zusätzlich was Positives. Also hier gibt es eigentlich eine Reihe Positiven News, die, ja, die eigentlich schon für höhere Kurse sorgen müssten. Heute hat der Kurs, wie gesagt, ein bisschen reagiert. Jetzt nicht die Welt, 4,5 Prozent oder sowas. Aber langsam ernährt sich das Eichhörnchen, wie es so schön heißt. Und wir sind ja jetzt leider wieder in einer anderen Situation, als wir noch früher waren, wo wir noch alle, ja, auf den Short Squeeze, auf den schnellen, auf das schnelle Geld spekuliert haben. Jetzt sehen wir, ja, es kann durchaus auch etwas länger dauern, bis hier ein größerer Schub nach oben kommt. Da muss man einfach Geduld haben, muss sich wirklich gedulden. Hedgefonds und Short Seller blafen nicht. Die sind im Prinzip so, dass sie weiter manipulieren, weiter drücken, um hier nicht covern zu müssen. Aber ich denke, je bessere Situation hier für AMC hier aufkommt, desto enger wird es einfach für die Hedgefonds, für die Short Seller. Und deshalb muss man hier etwas Geduld haben. Dieses Finanzportal SEX hier hat auch AMC hochgestuft auf Platz 2 quasi bei. Hat das Buy-Ranking hier für die AMC-Aktie ausgerufen. Auch positiv zu werten auf jeden Fall. Das ist eigentlich eine renommierte Plattform hier für Finanzen. Und die sind da eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Und haben, wie gesagt, hier ein Ranking für die AMC, ein Ranking Nummer 2. Das heißt, das ist ein Buy-Ranking kaufen. Gutes Signal, auf jeden Fall positive News und so kann es weitergehen meiner Meinung nach. Und hier haben wir auch nochmal eine News, die habe ich mir rausgesucht, so eine Tabelle. Und zwar geht es hier um die Hedgefonds. Hedgefonds bekommen immer mehr Geld abgezogen von den Anlegern. Anlegern im August waren 6,1 Milliarden US-Dollar, die abgezogen worden sind aus dem Kapital der Hedgefonds. Im Jahr 2023 bisher schon 50 Milliarden. 2022 112 Milliarden. Und 2021 war es noch ein Plus von 13 Milliarden. Das heißt, die Leute denken um und ziehen ihr Geld ab bei den Hedgefonds. Was auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Entwicklung darstellt für uns. und zeigt, dass man hier auch als Kleinanleger auch doch durchaus auch einen Einfluss haben kann, wie sich die Big Player dann im Endeffekt entwickeln. Also ich denke, die sind auch viel teilweise durch Memestalks, die dann nach oben gegangen sind und dadurch im Prinzip Verluste eingefahren wurden bei den Hedgefonds. wurden hier natürlich auch viel Gelder abgezogen und das ist natürlich dann auch so eine Spirale, die dann sich fortsetzen kann, wenn die Anleger Geld abziehen bei den Hedgefonds. Dann kann es eine Spirale sein, dass die dann irgendwann mal einfach keine Gelder mehr haben und dann bei manchen Aktien, die sie geshortet haben, dann Margin Call ausgerufen wird. Das sind im Prinzip alles Dinge, worüber wir schon Ewigkeiten reden, Situationen, über die wir schon Ewigkeiten reden. Aber irgendwann kann das durchaus eintreten und auf jeden Fall dadurch, dass Gelder abgezogen werden und dann Gelder für Sicherheiten dann nicht mehr vorhanden sind, ist dieses Szenario gar nicht so unrealistisch. Also hier auf jeden Fall auch wieder, sagen wir mal, eine gute News für die Hedgefonds, natürlich eine schlechte News, aber hier für die AMC, für die Anleger, die hier für einen transparenteren, fairen Aktienmarkt kämpfen, ist das natürlich eine eher positive Entwicklung. Wir schauen uns gerade nochmal die Ortex-Zahlen an. Die Ortex-Zahlen, ein Short-Score von 56, hat die AMC mittlerweile Short-Interest von 7,22%. 9,7% von Free-Float sind geliehen und Utilization von 55. Days to Cover einer, ja und Cost to Borrow auch wenig, wenig muss man sagen. Also wie gesagt, hier hat sich doch schon einiges verändert, aber trotzdem sollte man hier den Mut nicht aufgeben, die Hoffnung nicht aufgeben. Weiterhin mutig sein, Mut schöpfen, wenn man zermürbt ist, sollte man einfach im Prinzip, ja, einfach halten und weiter schauen, wie es hier sich entwickelt und die positiven News von AMC, die, ja, sagen wir mal, genießen oder die positiven News von AMC dafür nutzen, neue Hoffnungen halt aufzubauen. Ich denke, die Entwicklung ist momentan gut und das wird sich dann auch irgendwann in den Zahlen äußern und mit Sicherheit dann irgendwann mal auch im Kurs und wenn dann vielleicht AMC dann mal eine Dividende zahlt, vielleicht dann sogar darin, dass dann die Hedgefonds covern müssen. Es ist nicht mehr so ganz viel zu covern, wie es vorher war, wie gesagt, Short Interest nur aus 7,22%, aber wir werden sehen und schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Gut, das war es jetzt von meiner Seite aus zur AMC Entertainment Aktie. Würde mich freuen auf jeden Fall, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke hinterher läutet, damit ihr nicht verpasst von AMC, von anderen Aktien und auch Kryptowährungen. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss.